Wir freuen uns, dass ihr von euch eingeschaltet habt. Vielen Dank schon dafür. Wir freuen uns auch, wenn ihr den Subscriber da unten würdet anklicken. Auch wir freuen uns, wenn ihr die WhatsApp-Nummer mal abschreibt. Von euch möchte ich euch mal schmacken Bilder wissen von unserer ersten Reise, die meine frühen Eltern und unsere jungen Städte nach Neu-Zeeland. Dort ist eine Nachteinzige offen hier. Und ich war niemals fiert, dass das Reise, was wir hatte, das ging bloß grünlich erscheinen. Ich habe mir eine ganz neue Kamera gekauft. Und du kannst dir sein, dass es eine große Kamera. Und dort ist es gar nicht so eine färre aus, dass es sieht. Aber da wird alle vier, drei wieder eine sehr schmackere Kamera. Und nu war ich jetzt hier mal eine ganzere färre Bilder wissen. Kieke mal, wenn ich da auf dem Pool stehen da, ein Bildermärker dann, du hast ein type toll und du mögst auch färre Bilder von. Aber was ich nicht so eine Deid, dort an sich glänster Jungen, schelden, der ging flängst hat Haag, nur hing ich ab zu, hing ich an meinen Regen. Und das Haag, der dukert, und da ging die da bloß flängst hat Haag für ihn. Kostet ihr, wenn wir die Färstehalle, die nicht kenne, oder trage, wenn du unterwegs bist. So, das ist das, wie wir lebt, alle Jahre, was wir reist haben. Und das ging jetzt einmal schön, wenn wir nun mal treten, die Bilder, das ist meinst, die Leive. Dort wird sowas für alles aufgedreht haben. Und wir dachten meist jeder Tag, wo wir eine andere Kirche, ein Konzert haben. Und dann, wenn wir vorher dachten, dass ein Mensch, der bei uns tippt wäre, der weiß uns dann grünlich sehr schmackig städte. Kieke mal, den geräten, dicken Baum, wo da hingehast. Der Baum ist hoch. Und der ist, wir sind all hochbäuer, ab dem Stall. Und wir stellen uns da alle an, und wir können uns so schmackig bilden. Und das war ja, wie wir dann auch niemals vierte nicht. So eine dicke Bäume in Neuseeland. Und hier sind Wutterfahle. Wir stellen uns fertig, wo wir das Wutterhahn haben. Und da hingehast du die Pfahle. Die Wutter, das kommt da rauf, geräummelt hingehast. Bloß grünlich sehr schmackig, weil Gott deine Türen gemerkt hat. Dass wir heute dort verreicht, wir sind, das ist ja auch vielleicht weiter, wir sind fünfmal in Neuseeland gewaast. Von nur der Batside und von aus der Batside warst, in der ich dort langen Dächer reist, in der Menschen von Jesus verteilt, in Konzerte gehad. Aus dem Wirtschaft, was hältst du von sehr nicht reines Stab. Ferne Türen, ferne Schub, das ist bloß schmackig, weil Gott deine Türen gemerkt hat. Ich sehe, reinen fehlt dir auch nicht so, ich glaube ich nicht. Wenn er dann flinkst du Weg vor dir, dann sind du eins für seine Städte, wo du keine Stellhöhle, und dann sitzt du seine Landschaft aus dem Städte. Schau mal, du unten sind Wolken, Wirtschaft, Schub. Aber du hängst jetzt ein gerät in Boch, der ist ganz voll Schnee, der ist sehr, sehr weit weg. Ich darf mit meiner Kamera weit nähen zoomen, so dass ich da ganz dich bekomme, nun kommen, und das wird er doch noch sein. Der Dämpf kommt hier unter dir drüht. Jeder fünf, zehn Minuten spricht dort, dass du den heiten Wotern mit dem Dämpfh unter dir drüht. Wie muss der Seier abhauen, dort wie nicht heute ich begegne? Das ist für die Touristen hier, du sitzt in Türen, du kannst diese Verlängerung. Das Knappel, der macht etwa zwei Meter dick sein. Und die junge Stäune, die du bezieht, dort macht ein großer Böhm gewassen. Und ich sage, so einen großen Böhm hat ich da, wo ich abhauen, da ich niemals gesäine. Der Wege ist dann sehr grauselig, und dann sitzt du immer Schub. Wo immer du hängst vor dir ist, in Neuseeland was du Schub sein. Dort ist auch sehr viel Wotter. Dort ganz Böe sitzt du nach den witten Bochrutschstädchen. Dort ist ganz voll Schneideböe. Dort sitzt du einmal in der Bochrutschstädchen, ganz voll Schneideböe. Dort ist ein großer Toll dazwischen. Hier fährt er sich nach dem Böhm. Paradies abhauen. In Neuseeland sitzt du bei in Wotter. Hier ist noch eine kleine Brig, sitzt du immer. Dort haben wir ein Restaurant, dort haben wir ein bisschen Ete hier, und dann können wir hier den Bochrutschstädchen. Dort ist die Fernseine von wieder auf. Das ist meine Kamera, die ich damals hatte. Dort sitzt noch eine große Kamera. Dort ist aber nicht so viel der Hänger. Hier sind meine Kinder und meine frühen Ecke. Dort sitzt du bei Stratford. Wir wohnen in Stratford, in Kanada. Aber das ist Stratford, Neuseeland. Das ist ein Konzert, in einer von den Städten, wo wir waren. Das ist eine Konzerthalle, der wird ganz voll. Wir haben hier Geld sammelt, für eine Mission. Der Mensch hat noch niemals eine Paraguäische Hopp, und noch niemals eine Geschichte gehört, von einem Männern nicht. So, ich da meine Geschichte hier merteilen, weil Gott uns Leben verändert hat, weil er uns von einer religiösen Gruppe, die ergeborene Christen gemerkt hat, in der wie keine Ahm deine nur. Und so da wird diese Menschen dann auch anspornen, Jesus' Notenfolie, hier in Neuseeland. Wir fuhren mit einer großen Walser, mit einer großen Ferry, von einer Insel nach der anderen, von der Notinsel nach der Südinsel, dann sah ich diese schmucke Beu da. Hier sitzen noch viele kleine Boots, da fuhren wir so mit der größten Schabse vorbei, und da sitzen wir hier nicht bei der Beuhe, auf dem Bild, aber wir sehen uns die Beuhe da. Wir fern die Wale, durch die Beuhe, alle Träuche schauern. Das darf Millionen Schub in Neuseeland. Und hier sitzt du auch, wenn du mit der Kurvehreise, auf dem Weg, mit dem Auto, und dann sitzt all diese Schub da. Und dann, mit unger sitzt, fern eine Beuhe, Wittfall, Schnee, und Fähre, ganz hier rein. Da sitzt noch so eine Tiere, so eine Reihe, so eine Enteloper, die, die in der Großekeit drei steckt, sind da, mal in fern ein Schubsassade bakken. Nicht so? Ich meine, das geht uns da ihre Beuhe, und ich sage die, die Weite, wo Schubsfleisch gebackt wird in das Land. Beuhe, jefft das, dass ich mal den Weich, da wird, wenn die Beuhe abt, geht. Wie wir hier hochbeuhen, ab dem Beuhe, gehen wir an, das ist mehr, das ist kein Drone, wie wir hier hochbeuhen, da unten sitzt in Weich, da unten reich, als die Wirtschaft, wo wir, wo wir da wohnen, für ein paar Däu, und da hat mehrkost, wenn die Beuhe auch sein. Uns Jungen hier war, mit der Kamera, das ist Schildern, die Kameras mehr, das ist so groß, das Hei, wobei heute mir auch ferne Bilder, damit, als wir auf das in Beuhe beuhen, da hat wir auch noch, ein Enteloper, oder, wenn man sagt, nicht ein Enteloper, wie eine wilde Koze, hat er da, wie du sind, wilde Koze, in der Beuhe, so, heißt eigentlich, die können schreit, so vieles wie wollen, so, das, wie ich nicht geschaut, die Jana schaut, wie Stalin, so, mit der Kamera, in der Bildmärkte, da sitzt dort mehr, ganz hin, da ist dort, meist liegt rauf, und da steht, wie mit dieser Koze, was heute hier geschaut, hat. Ich kann nicht sehr viel von Wirtschaften, aber, das sagt mir bloß, so ein Schmack, wenn ich seine Landschaft sehe, dann darf ich Gott einmal danken dafür, dass er eine schöne Sache hier hilft hat. Hier darf ich ein Konzert geben, in einem Stadt, wo er ein gerätet, wie in Stützchen Lothar, wo viele Menschen dort schlugen, die ich mit dem Erdbebe, und hier hilft das sehr viel Erdbebe, sehr viel, und das, die ich halt eigentlich gesagt habe, sehr viel Schub, sehr viel mehr als Erdbebe, aber die Menschen sind doch froh, dass sie gerne in den Sinschmacketland wohnen, hier sitzt noch ein Thun, haben sie die Fenster gemerkt, da muss ein Nachschiff auf Arbeit sein, das sind die Fenster gemerkt, wo es sehr hügelig ist, nicht so? In der Hingebue sitzt noch der Boy, in der Menschen vor ihr hier an der linke Kante, sitzt die Korde fern, sie sind auf der linke Kante, nicht auf der rechten Kante, hier ist noch ein Fähnert, mehr glaube ich, als dort, er vielleicht so eine Buch nennen, und dann wird es schnell auf der Boy. Es ist Gott, Menschen, ihr sehenthaft nicht so, ihr habt in den Sinschmacken jähnende, wo sie wohnen können, aber viele von diesen Menschen sind Gott Christen. Meine Frühen, ich will hier Bilder machen, ich sie mit der Kamera da fahren, meine Frühe da hinge, und auch die Konzerte, hier haben wir eine ganz große Konzerte, wir sind voll, dort wie ein Chor, wo wir besiegt werden, hier haben wir auch Geld sammelt für die Mission. Meine Frühe, in unsere Kenia, die sind hier dann immer mit uns, und hier sind sie noch ganz jung, und meine Hose sind noch ein bisschen länger, und sie sind bei der neue Sonne, so das als Alpheotrei, wir wünschen, dass du auch eine Schmackertie geholt hast, diese Bilderte Kirche von Neuseeland, das wird der Rest mit der 2000 Tieren, und wir sind noch einmal vier Mal durchgebracht, und wir haben hier ein paar Eure Bilder von uns, wo wir unsere Rest haben, in verschiedene Tieren, verschiedene Städten, in Seierschmücken, jene, die Säune, wo Gott uns hat angebracht, als Familie, dass wir ein Zeugnis für Jesus sein können. Ich hoffe, dass diese Bilder, wo wir uns haben, auch ein Sehen für uns ist, dass die, wenn die in Tüsten die Säte Däune ab den Säufer, dass die, wo er Gott loben und preisen, für alle Schmackersachen, die Jesus uns gejäft hat. Wir wünschen dir in deiner Familie noch einen schönen Tag mit Jesus.